In Marokko wurden Äxte aus der Steinzeit entdeckt, 1,3 Millionen Jahre alt, als Menschen noch genau so aussahen. Der Homo erectus, um genau zu sein. Die Axtköpfe waren damals mit einem Stiel versehen, welcher jedoch die Zeit nicht überlebt hat. Und ja, die Werkzeuge sehen sehr primitiv aus. Okay, sind sie auch. Aber sie geben Aufschluss darauf, dass Menschen in der Region schon viel länger leben als vorher vermutet.